Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust oder reinhörst. Im heutigen Video geht es darum, mal zu verstehen, welche Generationen von Supply Chains denn eigentlich existieren und dass ihr vielleicht auch selber mal drüber nachdenken könnt, in welcher Generation einer Supply Chain euer Unternehmen sich befindet und wie ihr vielleicht dazu beitragen könnt, die Organisation, euren Bereich etc. aufs nächste Level zu hieven. Ich lese zurzeit das neue Buch von Bram de Smet, Smet, Rethink Supply Chain, Rethinking Supply Chain besser gesagt. Ich war auch bei seinem Book-Launch in Brüssel. Er hat mir auch eine nette Widmung reingeschrieben ins Buch. Ich bin schon lange Fan von Brams Arbeit, weil er für mich einer der Supply Chain Thought Leader ist, die wirklich viele neue Impulse in die Community reinbringen. Ja, und jemand wie Bram bringt mich auch immer wieder dazu, über seine Konzepte nachzudenken und ja, auch mal versuchen, diese in die Praxis umzusetzen. Und es sind einige tolle Sachen hier drin. Ich werde über die nächsten Wochen immer mal wieder einen Beitrag in Bezug auf die Theorien in seinem Buch bringen. Ich werde zum Beispiel auch über das Thema Integrated Value Planning hier danach, vielleicht mache ich das mal am Abend oder so bei einem Spaziergang. Ich habe mir extra mein gutes Ansteckmikro und so einen Koffer eingepackt, wenn ich heute Richtung Heidenheim fahre, heute Abend. Und werde es dann entsprechend versuchen, mal nach der Arbeit auch mal für euch aufzunehmen. Aber heute fangen wir mal ganz simpel an. Ich mache das so in kleine Brocken, sonst muss ich da eine Stunde, zwei Stunden einen Vortrag halten. Da kann ich aber auch Bram gleich mal fragen. Das werde ich auch tun. Da wird man da auf Englisch vielleicht mal ein Interview führen, der so uns mal ein bisschen in die Konzepte einführt. Ich kann euch das Buch nur wärmstens empfehlen. Nach Strategy-Driven Supply Chain wirklich ein weiteres, tolles, lesenswertes und auch sehr, sehr gut geschriebenes Buch. Aber heute geht es darum, das lege ich jetzt zur Seite. Heute geht es um die Generationen, das liegt auf euch eigentlich so blöd, von Supply Chain, also First-Generation Supply Chain bis jetzt. Und Bram plädiert dafür, dass wir eigentlich um mit dem ganzen Wandel, der weltweit stattfindet, dass wir dort als Supply Chain eigentlich mithalten sollten und eine Technologiebasis, organisatorische Basis, der es gerade geschaffen haben, um eigentlich eine First-Generation Supply Chain heute schon zu betreiben. Und ich weiß, viele von uns sind da noch gar nicht angekommen bei der vierten Generation, aber hoffentlich auf dem Weg dahin. Und für mich sind halt, ich habe ganz viele Fragen, wenn ich so ein Buch lese und nochmal lese und mir Sachen aufschreibe dazu. Ich frage mich natürlich, ob man so Evolutionsstufe für Evolutionsstufe, also erste, zweite, dritte, vierte Generation durchgehen muss oder ob man nicht auch, je nachdem, wo man heute steht, wenn man zum Beispiel auf der zweiten Stufe steht und ich erkläre gleich, was sich in den Stufen verbirgt, ob man nicht auch automatisch eine Stufe überspringen kann, um halt noch besser für die Zukunft gewappnet zu sein. Und ja, wohl wissend, dass sich das Umfeld, die Technologie und alles natürlich stark weiterentwickeln wird und somit vielleicht auch diese heutige, vierte Generation, über die wir gleich sprechen, vielleicht auch schon in naher Zukunft wieder veraltet sein kann. Aber daher finde ich es eben wichtig, recht schnell durchzugehen, sonst ist man irgendwann extrem abgehangen. Und jetzt schauen wir doch mal auf die Stufen. Und ich mache das sehr, sehr simpel, weil wie gesagt, ihr könnt auch ein Buch nachlesen und ich werde noch einzelne Beiträge, einzelne Single- oder Solo-Podcasts noch nachlegen über die nächsten Wochen. In der Regel, wie gesagt, versuche ich ja so zwei im Monat noch zu machen, dass ich es mit meiner Zeit, auch mit meiner Freizeit, mit der Familie und so weiter und meinem Job auch noch gut vereinbaren kann. Die erste Generation, da so bleibst du ihn, über die Bram hier redet, und ich habe die ein bisschen angereichert mit eigenen Hypothesen, ja, also auch da kann man sich drüber streiten und kommentiert auch gerne, wenn ihr das anders seht. Die erste Generation ist so bis zu den 80er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahre, da war so ein eindimensionaler Fokus auf das Thema Service. Also so ein bisschen, Supply Chain war einfach da, um Dinge umzusetzen, die seitens Vertrieb und so weiter vorgegeben wurden und war jetzt nicht wirklich ein Entscheidungsträger. Also ich habe ja auch auf Englisch geschrieben, Supply Chain sind als Executor. Und man war nicht wirklich bei strategischen Entscheidungen und so weiter involviert. Ich habe ja einen Supply Chain Planungssintergrund ganz stark, also ich habe für mich auch mal noch eine Zeile reingebastelt, die jetzt in Brahms Buch immer nur mal wieder angerissen wird. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgehe, ich habe natürlich in den 80er Jahren, da bin ich gerade auf die Welt gekommen, Anfang der 80er, da habe ich natürlich noch nicht gearbeitet, aber wenn ich so ein bisschen recherchiere, nachlese, waren dort die ganzen Material Requirements Planning, Production Planning, Control Konzepte eigentlich hochgekommen. Also noch nicht wirklich eine taktische, langfristige Planung, sondern eher alles sehr, sehr operativ. Wenn ich jetzt schaue, was für Key Positionen es in Unternehmen gab, also damit meine ich jetzt so die oberste Entscheidungsebene, mal für heute für den Solo-Podcast, da gab es halt SVP, VP, Logistik, Einkauf, vielleicht auch noch Herstellung, Operations, Produktion, wie auch immer ihr das in Unternehmen damals genannt hattet, oder Mann genannt hat, besser gesagt. Das sind ja sehr viele junge Zuhörer und Zuschauer, noch deutlich jünger als ich. Das war so die erste Generation der Supply Chains. Dann hat es sich recht bald weiterentwickelt. Es kam ja ab 1982, in meinem Geburtsjahr auch das Thema Supply Chain Management, viel, viel stärker hoch. Ich glaube, 1982 hat man zum ersten Mal dieses Thema Supply Chain Management auch geprägt in der Literatur. Und da sagt auch Brahm, das ist so in den 90er Jahren bis in die 2000er, also bis zum Millennium, hat die zweite Generation eigentlich ihre Daseinsberechtigung gehabt. Und dort hat man die Dimensionen von einer eindimensionalen auf eine zweidimensionale Ebene gehoben oder Komplexität gehoben. Und dann war dann Service und Kosten ein großes Thema. Also liefere, was die Kunden wollen und brauchen, aber mach es auch noch zu guten Kosten, hab die im Griff. Und was ich jetzt hier als Charakteristik hinzugeschrieben habe, ist so ein bisschen, dass die Supply Chain sich mehr und mehr dann auch in dem Moment auch mit der Prägung des Supply Chain Managements sie so ein bisschen angefangen hat, als End-to-End-Funktion zu etablieren oder eben auch angefangen hat, über die Vorstände, Geschäftsleitungen auch immer stärker ein Gehör zu finden bei den Entscheidungsträgern. Und dann wurde eben Supply Chain zum ersten Mal mehr als reines operatives Business, also als rein Operations, wie man jetzt auf Englisch dazu sagen würde. Und war mehr als eine reine exekutive Funktion. Auch da wieder Key Planning Logic, also Planungslogiken nach meiner Meinung und Recherche immer noch MRP, aber dann ist man schon in die Themen wie Collaborative Plate, langsam, dann ist man schon in Themen wie CPFR reingerutscht, also Collaborative Planning, Forecast and Replenishment, habe ich auch schon einen eigenen Beitrag hierzu gemacht, was sich dahinter verbirgt und warum das vielleicht eigentlich nie richtig implementiert war und heute immer noch ein gutes Referenzwerk sein kann, um auch mal mit dem Thema Supply Chain Management und Organisationsfunktionsübergreifendes und so weiter arbeiten, mal drüber nachzudenken und nachzuschlagen, anzufangen. Und dort hat man dann eigentlich Richtung 2000, da kamen dann auch die SNOP-Themen von Oliver White und so weiter hoch. Und deshalb habe ich ja auch jetzt für mich mal aufgeschrieben, eben in dieser Phase ist dann so die Transition, der Übergang Richtung SNOP, oder der hat dort angefangen oder gestartet. Last but not least auch zur zweiten Generation der Supply Chains, und ich behaupte, viele Supply Chains sind leider da noch gefangen in dieser Generation, auch wenn wir heute schon im Jahr 2024 sind, Klientische Positionen waren immer noch SVP oder VP, Einkauf, Operations, aber auch dann kamen die Supply Chain Management Funktionen schon mal hoch. Logistik gab es manchmal auch noch unter der Supply Chain oder noch separat. Je nachdem. Gehen wir zur dritten Generation der Supply Chains, da sollten eigentlich die allermeisten von uns sich wiederfinden. Ich haue euch auch mal einen Link unten rein von Bram Desmet und seiner Firma, Consulting Firma, die er nebenbei auch hat, neben seiner Professorentätigkeit und so weiter. Da könnt ihr auch ein Assessment, da könnt ihr euch einen Frageboden kostenlos runterladen, um auch mal ein Assessment durchzuführen, wo ihr ungefähr steht auf dieser Matrix, die sie dort anbieten in diesem Assessment. Dritte Generation, schreibt Bram, es war ungefähr 2010er bis 2020er Jahre, also bis Anfang Covid. Das war da schon dreidimensional, da habe ich selber euch schon viel drüber erzählt, über das Strategy-Driven Supply Chain, das goldene Dreieck der Supply Chain, Service, Kosten, Kapital oder Cash. Und ich habe auch gesagt, die Charakteristik ist dann, dass eigentlich in den letzten Jahren die Supply Chain eine Balanced Supply Chain war, dass man das ausgewogen gestalten hat und da eigentlich dann auch, vor allem bei größeren Unternehmen, die Supply Chain immer schon auch in den Vorständen ganz klar angesiedelt war, der Einkauf oftmals, Produktion, alles unter der Supply Chain zusammengefasst wurde, organisatorisch unter einem, jetzt wenn wir gerade mal auf die Leadership-Position springen, in der Regel unter einem Chief Supply Chain Officer, aber auch manche Unternehmen immer noch, die das ein bisschen getrennt haben, haben immer noch einen Chief Operations Officer zum Beispiel gehabt. Jetzt sehr simpel geblieben. Und von der Planungslogik habe ich für mich vermerkt, das ist das eben, wo ich auch viele Unternehmen sehe, wenn ich in meinem Netzwerk mich umhöre. Ich war die letzten Wochen auf einigen Konferenzen, wo ich mit vielen Profis, Experten, Führungskräften auch reden durfte. Und was für mich da so rüberkommt, ist so ein bisschen, das ist der Punkt, wo man von Sales and Operations Planning Richtung Integrated Business Planning so diesen Übergang gerade wagt. Also so ein bisschen von der reinen Volumen operativen Planung mehr Richtung Finanzplanung geht, eben um auch das goldene Dreieck zu balancieren, weil das macht man über Kosten, über Profitabilität, über Umsatz und so weiter. Gehen wir auf die letzte Ausfallstufe und das ist so ein bisschen der Samen, den ich in euren Kopf pflanzen möchte. Die vierte Generation der Supply Chains, die man eigentlich in der heutigen VUCA, in der heutigen, volatilen, unsicheren Welt braucht. Die sollten eigentlich in der heutigen Zeit, also nach 2020, versuchen Anwendungen zu finden und ihren Platz in Unternehmen zu finden. Und das ist eben jetzt fünfdimensional. Also man merkt jetzt von dreidimensional auf fünfdimensional. Und da kommen neben Servicekosten, Financial Capital, kommt jetzt auch das Environmental und Social Capital hinzu. Und da schreibt eben auch Pram in seinem Buch Rethinking Supply Chain drüber, weil er eben neben dem Dreieck hat er jetzt noch ein Environmental Ceiling und eine Social Foundation, die er eben auch erklärt, wie man die auch in der Supply Chain mitmanagen kann und messen kann und warum das wichtig ist in Zukunft, um eben dem Dreieck nicht dann, wie so im Film, zwei Wände, die sich aufeinander zu bewegen und wenn man da Platzangst hat, ist das natürlich nicht gut. Und er beschreibt dann eben, wie man dann trotzdem noch genug Luft zum Atmen als Unternehmen hat und sich dann auch mit einem Wettbewerbsvorteil aufstellen zu können und so weiter. Also fünf Dimensionen. Und die Charakteristika ist dann eben, und das ist dann das, wo ich das nächste, den nächsten Solo-Podcast für euch vielleicht die nächsten Abende mal abdrehen werde, in ein, zwei Wochen veröffentlichen werde, ist dann das Thema Integrated Value Planning, was dann Pram auch in seinem Buch gegen Ende des Buches beschreibt. Also so ein bisschen IBP ist out, Integrated Business Planning und jetzt sollte man Richtung Integrated Value Planning gehen und das bedeutet auch, dass man zum ersten Mal aus der Supply Chain raus diese Themen, also nicht nur klassisch im IBP Supply Chain Planung mit Finanzplanung versuchen zu verheiraten oder zu verknüpfen, sondern wirklich auch auf eine echte Business Planung zu gehen, Marketingplanung, Promotionsplanung, Portfolioplanung, sogar Ressourcenplanung, was Personal und so weiter betrifft und so weiter. Das kann man sehr, sehr weit spannen. Und das sagt eben auch, dass man das vielleicht, dass man da auch eine neue Rolle schaffen sollte, Richtung key leadership positions, gibt es dann einen Chief Value Planning Officer, keinen Chief Supply Chain Officer mehr und vielleicht, das ist jetzt meine Hypothese, wäre dann das Beispiel so, dass man sagt, okay, alles Operativere wie Logistik, was oftmals Teil in der Supply Chain ist, gibt man wieder Richtung Operations, Operations kümmert sich um die Herstellung, Logistik, also alles so exekutive, kurzfristigere und Chief Value Planning Officer vereint so ein bisschen die Financial Seite des Unternehmens, die strategische Seite des Unternehmens mit der Supply Chain Planung und Finanzplanung und hat dann so und die anderen Planungsprozesse, die ich gerade angerissen habe, wie gesagt, da mache ich aber noch meinen eigenen Podcast, Solo-Podcast, oder lade auch Bram mal ein, für alle, die Englisch können, das machen wir dann auf Englisch, das Interview, dass er uns dann nochmal ein bisschen aus den Nähkästern erzählt, was er so sieht in Unternehmen, was sein Ansatz diesbezüglich ist. Aber die Idee ist auch eben auf eine Business-Planungsebene zu gehen, aus der Supply Chain hinaus, daher hat es auch nicht mehr als Supply Chain zu benennen, auch wenn da natürlich sehr viele Supply Chain Essentials in so einer Rolle verborgen sind und auch, das sind ja sehr komplexe Entscheidungsprozesse, dass man dann auch bei komplexen Entscheidungen sollte man vielleicht auch dezentraler entscheiden mit vielen Wissensträgern, das heißt, dass man sogenannte Entscheidungskomitees zum Beispiel einberuft, die sich dann um Portfolio, um Beschaffungsthemen, um Szenarioplanung, Netzwerkplanung, was auch immer kümmern und das wird dann alles von dieser Rolle, zum Beispiel von diesem Chief Value Planning, so CF oder CVPO, wie auch wenn man das dann auf Englisch abkürzen möchte, koordiniert werden kann und das ist dann ein kleines, schlagkräftiges Team im Büro, eben ohne die ganze operative Logistik und Herstellung und so weiter. Ich habe auch noch eine Frage, was machen wir mit dem Einkauf in so einem Setup? Würde man den Einkauf dann wieder separat unter einem CPO, Chief Procurement Officer laufen lassen oder packt man das in Operations rein? Kommentiert doch mal, was ihr für eine Meinung habt. Ich würde es sogar wahrscheinlich so ein Dreigestirn, Chief Value Planning Officer, der die Supply Chain Seite ersetzt, Operations, wie gesagt, alles zusammen, Logistik, Herstellung und dann Procurement noch als Dritten im Bunde, weil das ja auch, ja, gerade der strategische Einkauf, um den geht es da, operativ würde ich alles so Operations packen, dann wollen wir da ja auch Riesengewicht auf die Financial Performance, die Nachhaltigkeit, aber auch das Social Capital eines Unternehmens hat, weil da geht es ja dann auch um die ganzen Menschenrechtsthemen und so weiter, die hinten dran hängen. Ich habe jetzt wieder sehr schnell geredet, ich habe euch einfach wieder ein paar Impulse mitgeben können, die, die auf YouTube geschaut haben, die sehen auch nach und nach diese, die kleine, die kleine Tabelle, die ich gemalt habe dazu, um das ein bisschen zu untermauern. Ich verlinke euch das Buch, ich verlinke euch, wie ich es gesagt habe, auch nochmal zur Homepage von Bram, dieses Assessment, was ihr machen könnt, wenn ihr darauf Lust habt und ich hoffe, wie immer, ich habe euch was zum Anregen mitgegeben, zum Nachdenken besser gesagt mitgegeben und last but not least, deine Lieferkette Icebreakers, Coachingkarten, das ist kein klassisches Spiel, aber Coachingkarten, um das Eis zu brechen, bei Workshops, Veranstaltungen, Seminaren, würde mich freuen, wenn ihr da mal auf Amazon vorbeischaut, Link ist auch in der Beschreibung und zuletzt nutze ich ja diese Plattform, das Supply Chain College, auch immer gerne mal, um anderen Unternehmen unbezahlt, das ist ganz wichtig, ja, ich verlange dafür nichts, weil auch die Plattform ist viel zu klein, auch dafür und zu nischig, aber mir ist es ganz wichtig, ich habe nebenbei, von 16 bis ich Anfang 30 war, meine ganze Weiterbildung bis zu einem MBA gemacht, alles neben der Arbeit, nebenberuflich und ich war letztens in Brüssel in einer ganz tollen Business School, die Flerig, sorry für die schlechte Aussprache, Business School, mitten in Brüssel, in der Nähe von der, vom Bahnhof Brüssel Nord und dort unterrichtet Pram unter anderem auch und das ist eine ganz tolle Einrichtung, die wirklich auf die Erwachsenenbildung spezialisiert ist, ich mache euch da auch mal, oder haue euch mal den Link in die Podcast- und Videobeschreibung unten rein, wenn ihr euch weiterbilden wollt, ob es ein kleiner Kurs ist, ob es ein kompletter MBA, Master of Science, was auch immer ist, wir haben ganz tolle Angebote für ein internationales Publikum, ich werde da auch nach und nach mal vielleicht noch ein bisschen mehr Content zubringen, sowas möchte ich unterstützen, die Location war sensationell, dort hatten wir zwei Tage Workshop und auch Vorträge gehalten und das hat mich so beeindruckt, dass ich eben angeboten habe, dass ich hier und da mal jetzt bei ein paar Podcasts sie auch erwähnen werde, dass sie auch auf die deutschsprachigen Zuhörer, Zuschauer vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Reichweite gewinnen können. Dann danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, teilen, liken, kommentieren, Abo dalassen, das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.